Hallo und herzlich willkommen zurück zu Simstons, das Spiel. Ja, ich habe mir ein neues Mikrofon zugelegt und ich hoffe man hört es. Es wird sich vielleicht einiges ändern. Und ja, gleich mal zum Letztplay. Ich habe hier oben ein Klischee gefunden, weil er da hinten in die Wand rennt. Ja, dann gehen wir mal auf in neue Abenteuer. Das sieht hier ja schlimmer als beim Mo aus. Und der Typ ist schon ganz unten. Bart, zieh dir das an. Ich glaube ich weiß wohin Professor Frink verschwunden ist. Nein Blutmann, das Schild. Lesen ist was für Nerds. Spring rein. Wow. Kisten, Münzen, Herzen, alte Videospielfiguren. Wo sind wir? Sieht aus wie eine Fabrik. Aber was machen die hier? Sie machen Videospiele, mein liebes Kind. Weißt du, als ich durch mein Dimensionsportal getreten bin, habe ich eine Welt jenseits unserer Welt entdeckt. Willkommen in der Spielmaschine. Ja, ja, toll. Hören Sie, Aliens haben unsere Stadt angegriffen und... Verstehst du nicht, mein Sohn? Dein ganzes Leben bis zu diesem Moment war nur ein Videospiel. Ja, ja, schon klar. Hören Sie, unsere Videospielkräfte sind nicht stark genug. Wir brauchen Upgrades und zwar schnell. Tja, ich habe dieses Problem vorausgesehen. Und das getan, was jeder Videospieler macht, der sich nicht die Zeit nehmen will, etwas selbst hinzukriegen. Wisst ihr? Sie haben geschummelt. Exakt, du sagst es. Aufgemerkt, das Lösungsbuch. Das Lösungsbuch? Ich weiß nicht, Bart. Ich will zwar allen, die wir lieben, das Leben retten, aber wenn wir dafür schummeln müssen, dann... Ich fass es nicht. Na schön, Frank, geben Sie mir das Buch. Nein, Hilfe! Ein überdimensional großer Affe, der entschieden zu aufdringlich ist. Ja, das ist natürlich überhaupt nicht gut. Und hier ist eine Seite des... Ah, okay. Bart Upgrade. Mit dem Batman kannst du... Enterhaken... Mit Dreieck-Taste kann ich... Ah, okay, cool. Erinnert leicht an The Lashen of Zelda. Ein Enterhaken von The Lashen of Zelda. Ja, hier scheint es ein... Oh, Schalter. Ja, das ist irgendwie klar. Ja, das ist bereits die dritte Aufnahme, beziehungsweise der dritte Aufnahmeversuch, hier mal was ordentliches hinzukriegen. Aber jedes Mal hat es irgendwie Probleme gegeben mit sonst was, weißt du nicht was. Ähm... Naja. Ich hoffe, es wird diesmal klappt jetzt. Ja, durchaus. Oh, cool. Enterhaken. Wusste ich natürlich. Ist natürlich jetzt doof, wenn ich alles voraussehen sehen kann. Aber so kommen wir jetzt auch, äh, relativ schnell am Spiel vorbei. Ohne irgendwie große, ähm... Große Umwege machen zu müssen. Ja, und das ist... Aus einem Spiel... Aber das sind auch so aus dem Spiel geklaut. Dinge. Ist das für Lisa? Das... das könnte das Upgrade für Lisa sein. Nein, das ist für Bart. Aber ich weiß nicht was. Nein. Das ist nicht für mich. Okay, dann müssen wir jetzt... Schnell irgendwie eine Lösung finden. Okay, nein, das war's nicht. Ja, okay, dann müssen wir... Bleibt uns nichts anderes übrig, als diese zu verhauen. Ach, verdammt nochmal. Weil, das kann doch nicht alles... Das ist nicht wahr sein. Okay, doch, das kann wahr sein, weil... Jetzt haben wir... Na, was zur... Etwas ist da oben. Hm. Also, ab hier ist, ähm... Blind nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt so schlecht spiele. Ähm. Ach, verdammt nochmal. Komm, komm, komm schon. Ich weiß nicht, wohin wir müssen. Also, von dem her, ich würde... Einfach mal spontan sagen, wir gehen da rauf. Aber, es kann natürlich auch falsch sein. Vielleicht hilft ja das. Komm, komm, komm. Komm. Ach, verdammt nochmal. Ach, das ist doch nicht einfach. Komm, komm, komm. Triff. Das nützt nichts. Das nützt absolut nix. Okay, okay, Moment. Ach, verdammt, komm schon. Haha, Zelda. Was hab ich gesagt? Die Clown hier einfach. Komm, komm, komm. Perfekt, perfekt. Ähm. Komm. Ja, perfekt. Genauso. Wo kommt denn der her? Komm. Ja, das hat reingehauen. Komm, komm. Perfekt, perfekt. Okay, ähm. Nein, das ist definitiv eine Arbeit für Barts. Definitiv. Moment, so. Und jetzt. Hm. Ach so, okay. Scheint ja nicht schwierig zu sein. Ja, das frage ich mich auch. Ach, komm schon. Ach, verdammte Scheiße. Okay, Moment, Moment. Genauso. Oh, okay. Das, das, das. Sieht schon gut aus. Oh, wieder ein Rätsel. Das mag ich. Okay. Ja, nein, das ist definitiv nicht. Richtig. Und jetzt vielleicht noch das hier. Vielleicht hier hin. Vielleicht hier hin. Oh, hier. Das, das. Das sollte passen eigentlich. Das sollte eigentlich passen. Ne, das passt nicht. Dann passt's hier hin. Und dann kommt das Große. Perfekt, genau so. Und dann kommt das hier. Hier hin. Ja, genau. So macht man das. Ähm. Was ist denn das? Ach, das sind Spielzeuge. Okay. Okay, ähm. Nee, das funktioniert nicht. Dann gehen wir hier rüber. Dann gehen wir hier rüber. Wenn wir, dann gehen wir hier rüber. Und wir gehen hier rein. Perfekt. Genau so. Checkpoint. Ich finde, ich persönlich finde, ja, Checkpoint ist ein guter Augenblick, um aufzuhören. Und, ja, ich sage mal, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und, ja, bewertet mal das Mikrofon. Ähm, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt, ähm, oder ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber, ja, ich brauche unbedingt ein neues und, ähm, das hier ist jetzt wirklich ein Prachtstück, ein Prachtexemplar. Ich hoffe, auch der Sound klingt dementsprechend, aber, ja, lange Rede, kurzer Sinn, äh, ich sage tschüss und, äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.